Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Themenvideo. Heute kommt das erste von drei Videos. Und zwar geht es darum, wie man die sexuelle Aufklärung bei Kindern angeht. Ich finde, das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil mit dieser sexuellen Aufklärung könnt ihr als Eltern dafür sorgen, dass eure Kinder offen mit dem Thema aufwachsen, wenn sie Sorgen und Probleme haben und Fragen auch wirklich zu euch kommen, was ich ganz, ganz wichtig finde. Und vor allen Dingen, dass sie damit aufwachsen, ihren Körper zu lieben. Denn es ist ein ganz, ganz großes Problem in unserer Gesellschaft, dass viele ihren Körper einfach nicht akzeptieren und nicht lieben. Und das ist ein ganz, ganz großes Problem. Und das entsteht echt oft in der frühesten Kindheit, weil irgendwo in der sexuellen Aufklärung ein Fehler begangen wurde, weil irgendwann mal was gesagt wurde, ganz völlig unbewusst und das sich für die Kinder so eingeprägt hat, dass sie ein schlechtes Verhältnis zu ihrem eigenen Körper entwickelt haben. Und deswegen möchte ich diese Reihe starten. Und es gibt deswegen drei Videos, weil ich das vom Alter her aufgeteilt habe. Heute geht es wirklich von einem Jahr bis zur Einschulung. Das sind dann nochmal Einschulung bis Pubertät. Und dann nochmal die ganz, ganz wichtige Zeit der Pubertät. Vince ist jetzt ungefähr drei und bei ihm geht das jetzt ganz, ganz stark los, dass er natürlich diese Unterschiede bemerkt zwischen Mädchen und Jungen. Ich finde es auch nicht schlimm. Wir sagen zum Beispiel nicht Penis und Scheide. Viele sind der Meinung, man muss das so aussprechen, bin ich überhaupt nicht. Bei ihm ist das der Willi. Und er hat halt schon bemerkt, dass Svea und ich keinen Willi haben. Und er hat aber dann ganz lustige Assoziationen. Mama, du kannst nicht meine beste Freundin sein, du hast keinen Willi. Oder Mama, du kannst nicht Minigolf spielen, du hast keinen Willi. Aber er ist auch noch so kindlich, dass er halt sagt, Mama, wenn du dann mal einen Willi hast, dann. Also, aber das ist noch süß und das ist auch völlig in Ordnung. Wir haben so ein ganz tolles Buch, wo es halt um den Körper geht, wo die Unterschiede zwischen Mädchen und Jungen aufgezeigt werden, aber auch zwischen unterschiedlichen Hautfarben oder was verschiedene Kinder gerne mögen oder nicht mögen. Und das hat er eine ganze Zeit sich sehr, sehr gerne mit uns angeguckt. Und man muss halt immer schauen, wenn man solche Themen bespricht, dass man das nur macht, wenn das Kind damit auf einen zukommt, dass man es dann natürlich auch altersgerecht macht. Also, dass man das Kind zum einen nicht überfordert, aber eben auch das Kind auch nicht im Unklaren lässt. Weil das ist das Allerschlimmste, wenn man der kindlichen Fantasie Raum lässt, dann können die sich sonst was zusammenreimen, was für uns total unlogisch ist, für sie aber völlig logisch und aber in eine völlig falsche Richtung geht. Mir ist halt bei diesem Thema ganz, ganz wichtig die Offenheit, dass die richtigen Werte vermittelt werden, nämlich, dass man sich selbst schätzt, dass man aber auch das Gegenüber zu schätzen weiß und den richtigen Umgang einfach mit Sexualität, mit Liebe, mit Gefühlen, mit den eigenen Gefühlen, aber auch den Gefühlen des Anderen. Wichtig ist mir auch die richtige Wortwahl. Also, dass Sex nichts Dreckiges, nichts Schmutziges ist, dass Schwul kein Schimpfwort ist. Das finde ich ganz, ganz schlimm. Deswegen ist mir das auch sehr, sehr wichtig und dass mein Sohn halt nicht Worte wie Fotze oder Ficken in den Mund nimmt. Also, das kann er mit seinen Freunden von mir aus machen, aber doch bitte nicht in der Öffentlichkeit. Und mir ist halt ganz, ganz wichtig die Akzeptanz von Grenzen und Intimität. Sowohl von uns als Paar, dass unsere Grenzen und unsere Intimität akzeptiert wird hier zu Hause, aber dass auch die Grenzen und die Intimität der Kinder berücksichtigt wird. Also, wenn die sagen, jetzt ist Schluss, jetzt möchte ich im Badezimmer allein sein, dann ist das völlig okay. Und wenn die wollen, dass ihre Tür geschlossen bleibt, dann ist das für mich völlig okay. Ich finde es ganz, ganz wichtig als Eltern ab einem bestimmten Punkt, wenn das Kind zeigt, es ist soweit, dass man anklopft, bevor man das Zimmer, das Reich des Kindes beträgt. Das sind so Kleinigkeiten, aber ich finde sowas super wichtig. Wenn ich jetzt hier von sexueller Aufklärung spreche, gerade bei Einjährigen, kann das vielleicht auch falsch verstanden werden. Es geht mir aber auch darum, die Kinder auf Sex vorzubereiten. Und speziell halt, dass sie ihren eigenen Körper halt lieben und akzeptieren. Und wenn man da schon anfängt, den Kindern das zu verbieten, ja, wo kommen wir denn dann hin? Was soll denn den Kindern im Kopf bleiben? Nämlich, dass sie sich nicht anfassen dürfen, dass das was Ekliges ist, was Dreckiges ist, was man nicht macht. Ja, das stimmt ja aber überhaupt nicht. Man muss natürlich auch berücksichtigen, dass sich jedes Kind ganz, ganz individuell entwickelt und unterschiedlich schnell entwickelt. Also da gibt es keine Maßnahmen. In diesem Alter musst du deinem Kind das erzählen und dann das. Und wenn es nicht soweit ist, dann entspricht es nicht der Norm. Das stimmt ja überhaupt nicht. Da muss man wirklich auch auf sein Kind eingehen, wie weit das einfach auch ist. Dieser Umgang mit Sexualität wird halt einfach wirklich von klein auf gelernt. Und das ist mir so wichtig, dass ich das mit diesem Video auch rüberbringen kann. Dass es für die Kinder nichts Sexuelles ist, aber dass es später irgendwann mal wirklich extrem von Bedeutung für sie sein kann, wie man jetzt als Eltern auch mit diesem Thema umgeht. In dieser ersten Phase, die ich quasi eingeteilt habe, geht es nicht um Sex an sich, so wie wir das als Eltern verstehen, sondern es geht um die Körperwahrnehmung, um die Sinneswahrnehmung. Es geht auch um Geschlechterrollen oder was ich schon gesagt habe, wie sich manches anfühlt, wenn ich mich da und dort so anfasse. Es geht aber in dem jungen Alter natürlich auch schon um Schamgefühl und es geht auch um Grenzen. Also ich bin gespannt, wie lange Vince halt noch mit uns beraten geht, wann er uns sagt, er möchte das gerne lieber allein machen. Und dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Dann akzeptiere ich das natürlich auch. Und das ist für mich jetzt dieser Punkt, wo es aber mit dieser sexuellen Aufklärung und sexuellen Entwicklung der Kinder schon losgeht und wo man als Eltern wirklich auch schon einen Anteil daran hat, dass sich das positiv für die Kinder entwickelt. Also es ist ganz einfach so, dass durch zärtliche und aufmerksame Behandlung des Körpers der Kinder die kleinen Kinder wirklich schon von Anfang an lernen, ihren Körper zu schätzen und ihren eigenen Körper auch zu lieben, weil wir es halt auch tun. Und das ist wirklich so unglaublich wichtig. Es gibt natürlich da auch so verquere Sachen. Also für Jungs oder für Vince im Speziellen ist es, der hat halt noch so ganz krasse Geschlechterrollen. Also wenn wir einen Mann sehen, der halt lange Haare hat, das ist für ihn eine Frau zum Beispiel. Weil er ja die Geschlechtsmerkmale in dem Fall nicht sehen kann, wenn die Leute angezogen sind. Und für ihn ist auch, er versteht noch nicht, dass Mädchen später Frauen werden. Er sagt nicht, dass ich eine Frau bin, sondern ich bin halt ein Mädchen. Oder dass er später mal ein Mann wird oder dass der Papa ein Mann ist. Das versteht er nicht. Für ihn ist das noch, du bist ein Mädchen und du bist ein Junge. Aber das ist auch völlig okay. Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Einfach dieses kindgerecht einfach auf das Thema eingehen und schauen, wie weit das Kind auch in seinem Denken ist in dem Thema. Es ist halt wichtig, dass Kinder ihre Grenzen lernen und trotzdem ihren Körper zu schätzen wissen. Und deswegen finde ich es auch ganz wichtig, wir hatten im Kindergarten letztens erst das. Natürlich fangen die jetzt mit Doktorspielchen an. Und was ist so schlimm daran? Es ist doch völlig okay, den eigenen Körper kennenzulernen und zu sehen, dass der Körper des anderen Geschlechts halt anders ausschaut. Da passiert doch nichts, gar nichts. Aber wenn man jetzt hier irgendwie interveniert oder das abbricht oder gar sagt, das ist was Schlimmes und das darfst du nicht tun, dann begeht man schon jetzt in dieser ganz, ganz frühen Kindheit einen ganz, ganz schwerwiegenden Fehler für später. Weil da ist jetzt schon, da denken die Kinder doch, es ist irgendwie was Falsches dran oder an mir selbst ist was Falsches. Und da geht es schon los, dass sie ja ihren Körper nicht mehr selbst lieben können, weil sie glauben, irgendwas ist mit ihrem Körper falsch, wenn man das nicht machen darf. Ich finde, man muss in diesem frühen Alter auch schon auf die Medien achten. Also schon jetzt so ein bisschen gucken, was gucken denn die Kinder? Also bei Vince gibt es wirklich nur Kinderkanalsachen oder halt gar kein Fernsehen, sondern entsprechend halt eine DVD eingelegt, die seinem Alter entsprechend ist. Also man muss auch jetzt schon jetzt achten, dass man halt nicht unbedingt Nachrichten oder irgendwas im Beisein der Kinder guckt, weil wie schnell ist da irgendwie mal ein Foto, was für das Alter wirklich nicht geeignet ist. Also schon da sollte man echt aufpassen, was die Kinder konsumieren an Medien, weil die bekommen schon jetzt so, so, so viel mit. Ich hoffe, dieser erste Teil, dieser dreiteiligen Reihe hat euch gefallen, hat euch so ein bisschen gezeigt, was ich mit diesen Videos vermitteln möchte. Wie gesagt, im zweiten Video geht es dann um die Altersgruppe von der Einschulung bis zur Pubertät, was auch nochmal super entscheidend ist. Und zum Abschluss möchte ich noch sagen, dein Körper gehört dir und deine Gefühle sind wichtig.